hallo zum tagesloses gruppe 29 4 2024 wir haben den montag eine neue woche und da schauen wir natürlich wieder wie die sterne stehen ich bin leider seit ein paar tagen etwas erkältet in dementsprechend wird es heute eine etwas kürzere variante und entschuldigt bitte falls meine stimme nicht ganz so prägnant ist naja auf jeden fall passt das zu den energien die wir aktuell haben wir haben nämlich mars und neptun zusammen stehen gerade heute exakt und das ist eine energie wo man geschwächt sein kann also neptun ist die auflösung mars energie und das ist halt so eine so eine situation oder eine zeitqualität wo man halt häufig auch erkältet sein können könnte aber da gehen wir gleich noch mal darauf ein also insgesamt schauen wir natürlich wieder auf das mitternachtshoroskop berechnet auf berlin gültig für den deutschsprachigen bereich das heißt deutschland schweiz und österreich konstellationen gelten weltweit ja und der aszendent bleibt da im zeichen schütze das heißt es geht weiterhin um gerechtigkeit um ausland und ziele um wachstum und um philosophien ideologien und das ganze hier mit dem herrscher jupiter bei uranus dabei geht es also quasi um veränderung oder um unruhe um unabhängigkeit um freiheitsbedürfnisse um gerechtigkeit die materie betrifft also materielles weil das ja im zeichen stier stattfindet und das ganze also jupiter und uranus sind ja hier im fünften haus und das ist der bereich des des lebens der liebe der kinder also große unruhe oder aufregung auch wegen kindern und jetzt haben wir ja gerade diese suche nach dem vermissten arian hier aus bremer förde war das glaube ich und das symbol für junge also für für ja für jung ist ja maß und der ist im zeichen fische auf dem herrscher der fische neptun das heißt ja im wasser dürfte der sein hier oder im wald ist natürlich auch neptun aber diese energie steht natürlich schwierig werden wir auch saturn in den fischen also einschränkungen im wasser die sich hier zeigen können also das ist hier dann auch die frage ob der noch gefunden wird also da sieht es schwierig aus von den konstellationen hier und jupiter uranus bringt natürlich dann halt auch viel viel aufregung um kinder möglicherweise ist halt eine variante und das ist ja auch in verbindung mit dem dunklen mond weiterhin diese blaue linie hier das trigon zu lilith das bringt also schatten themen in die familie und das können dann halt unter anderem im extremfall todesfälle sein oder einfach kritische situationen aber auch fehlgeburten oder einfach oder auch vielleicht auch leidenschaften die sich hier zeigen können also jupiter uranus ist ja im zeichen der affären hier auch und mit lilith ist das halt auch die geliebte zum beispiel auch das wäre hier eine variante ansonsten steht es natürlich auch für starke demonstrationen weiterhin viele demonstrationen jetzt war gerade in hamburg wieder unter anderem eine islamisten demo in ja in ich glaube am sonntag oder am samstag auf jeden fall das ist hier auch natürlich in verbindung mit dem dunklen mond also dunkle optik oder dunkle inhalte die sich hier dann zeigen können und das ja auch noch in verbindung mit mars und neptun also das heißt man kämpft hier für religion also mars neptun ist ja auch der religionskrieg außerdem beschreibt mars mit neptun ziele die mit auflösung zusammenhängen neuanfänge die mit auflösung zusammenhängen und jetzt hatten wir ja gerade die auflösung von karstadt bzw neustart dort also karstadt kaufhof die filialen wurden ja übernommen jetzt und da sollen ja 16 filialen zerschlagen werden und das passt dann hier dazu also dass man hier ein neuanfang hat mit merko der jetzt direktläufig ist im winter das ganze beherrscht von mars neptun also das heißt auflösungsprozesse bei einem neuanfang ja und zu dem mars neptun passt natürlich auch weiter noch diese andere thematik von wie jetzt die unter anderem also es passiert ja immer viel und ich kann natürlich immer nicht alles hier nennen aber sind ja nur gewisse beispiele aber die der vorfall der spionage war ja jetzt hier gerade medial aufgepusht und da ist ja der mitarbeiter des afd europa spitzenkandidaten kra da in die in die medien gekommen als als spitzel für die für china wir haben ja den astrid china bei merkur auch also es dreht sich viel um china gerade kann der handel auch mit china sein aber natürlich auch spionage weil das ganze wird ja beherrscht vom mars wiederum und der steht ja bei neptun und das sind dann grenzüberschreitungen und oder man agiert zwischen den welten wie das natürlich bei spinage fall ist und wir haben ja außerdem auch noch saturn mit fortuna und nessos und das sind schicksalhafte vertrauensmissbrauch themen die den start betreffen und das steht in spannung zum astrid james bond hat ja gestern oder am freitag schon gesagt also agenten maßregelung von agenten oder einschränkungen durch grenzüberschreitungen die hier gemaßregelt werden die agenten betreffen können das ganze ja auch in spannung zu germania justitia midas also midas ist natürlich geld auch thematik die juristisch eine rolle spielen kann aber germania und und justitia ist halt die deutsche justiz die da in mitleidenschaft gezogen werden kann aber interessant bei dem fall und das passt halt auch wieder dazu dass wir ja in dem vollmond energien noch vom skorpion sind also das heißt warten wir vor ein paar tagen hatten wir ja den vollmond im skorpion der ja in spannung zu pluto stand hier und diese spannung vom vollmond im skorpion die wirkt ja immer zwei wochen und jetzt haben wir halt genau diese thematik von manipulation und machtmissbrauch die sich hier zeigt und interessant ist halt diese 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 info auch dass der dieser mitarbeiter dem das ja vorgeworfen wird dass der schon informant des sächsischen verfassungsschutz gewesen ist also das kann man sich mal wieder nicht ausdenken ja also das ist halt wirklich sehr sehr spektakulär ging mal wieder nach hinten los die ganze geschichte und ja davon abgesehen sind natürlich generell macht kämpfe weiterhin betont aber halt auch und das passt auch zu dem vollmond hier im skorpion weil pluto ist ja das zeichen für also plutonium für atom und der atom ausstieg wurde ja jetzt wieder durch die habeck files also die freigeklagten dokumente vom ziezero magazin in bezug auf die entscheidungsfindung was die ja was die was die was den atomausstieg betraf da da kam ja jetzt dann raus dass quasi die entscheidung ideologisch betroffen wurde ja und da geht es ja weiterhin noch darum also dass da weiterhin nachgehakt wird gab es jetzt schon auch ausschuss aber man weiß ja was dabei rauskommt bei diesem parteiausschuss untersuchungsausschüssen naja auf jeden fall sehr interessant dass das natürlich im zuge dieses vollmondes passiert ist und zu habe ich noch eine andere thematik sagen die auch wieder amüsant ist der hat ja vor ein paar tagen diese schiffstaufe wo er sieben mal versucht hat ein schiff zu taufen und das nie geklappt hat das natürlich auch mars mit neptun hier dass es sind fehlschläge ja so energie die sich auflöst das hat halt nicht geklappt ja das soweit zu den energien genau der mond der bleibt heute im steinbock den ganzen tag zum wochenstart das heißt berufliche themen haben eine besondere priorität gesellschaftliche themen haben eine priorität und man ist vielleicht auch verhaltener in den emotionen man kümmert sich vielleicht um ältere personen oder jüngere personen also in altersunterschied keine rolle spielen man könnte vielleicht auch ordnung machen so ein bisschen struktur machen zu hause man schränkt vielleicht die nahrung ein also dass man ein bisschen mehr oder man ist vielleicht mehr so steinkost oder irgendwie so so eine müsli nahrung oder irgendwie so ja halt sehr eingeschränkte mahlzeit wäre das mond im steinbock ja das zum mond genau ergebnis des tages mc im zeichen waage es geht um ausgleich der hier mit der venus die jetzt heute in den stier geht für die nächsten wochen also es geht um einen ausgleich der finanzen betrifft um einen ausgleich der werte betrifft es geht um berufliche beziehung und darum finanzen vielleicht verstärkt ja und mit den mit der venus im stier sind jetzt in den nächsten wochen auch bedürfnisse nach besitz oder nach körperlichen vergnügen verstärkt so gemütliche energie ist das begegnen mit mit gemütlichen also ja in gemütlicher runde könnte man sagen außerdem sicherheit spielt eine größere rolle vielleicht sinnlichkeit natürlich auch und dabei kann es aber sein weil die venus ist dann in spannung zu pluto dass es sich hier dann um ja eifersucht auch dreht oder man hat bedürfnisse die in spannung stehen zu verträgen in spannung stehen zu bindungen oder abhängigkeiten auch das könnte eine rolle spielen ja also das sind so die besonderen ereignisse heute also jupiter uranus bringt natürlich weiterhin verstärkt aufregung durch demonstrationen und proteste aber auch erfolgreiche proteste möglicherweise und natürlich auch verstärkt veränderungen in bezug auf tourismus veränderungen bezug im ausland erfindungen können verstärkt vorkommen aber auch glückliche fügung was die finanzen betrifft auch das wäre denkbar ja also das soweit zu den heutigen energien dann danke ich für dein interesse freue mich über leiten teilen abonnieren meines kanals wenn du interesse an der beratung hast dann schreibe ich einfach über das kontaktformular an der link ist hier unter dem video eine super investition und dann bis morgen bleibt gesund alles gute